Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. I think the younger players nowadays have a lot more confidence. Mom, I think he was warming. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Which she should do, because it's her... As number 1, auch für Capriati. Sehr früh. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 30, 15. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Fitter. Deal with these bigger opponents. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Too good, Martina said. Sie wird jedes Ounz von Athletiksmartine testen. Riesenjubel! Es ist schön, in den Sämis zu sein. Es muss nicht wie in Australien sein, dass ich mich entschuldig bin, bevor ich auf der Karte gehe. Schön in die Karte von Capriati. Marie Piers dachte, dass der Ball im Aus sei, war schon auf dem Weg nach vorne. Und sie hält für Adel. Eines ist in diesen vier Ballwechseln aufgefallen. Dass sie ein Kämpferherz hat, das wissen wir, hier zumindest in Toronto, seit gestern, dass Jennifer Capriati sich durchrückt hat. There's the first true passing winner for Capriati, it's Deuce. Yes, this is the first time she's really shown us how great her passing show. Richtig! Das ist der Ball! Aber richtig auch von Serena Williams hier zu attackieren, sie hat 30,15. Das wird nicht nur um die Wette gespielt, es wird auch um die Wette gestöhnt hier. And another breakpoint. That's a great play. Wonderful point from Capriati. Nächster Matchball. Und zum wiederholten Male abgewärts. Und zum wiederholten Male abgewärts. Et der Wert in die Wette ist noch 20. Untertitelung des ZDF, 2020 Steffi Graf stürmt ans Letztor, aber vielleicht nicht ganz optimal vorbereitet. Darauf hat Kaffiati die passende Antwort, der Ball. Das darf nicht sein. Zuvor wieder ein klasse Ball und dann kommt genau wieder... Das ist es! Das Publikum springt auf, als sei die Partie bereits vorbei. Steffi Graf! Steffi Graf! Jetzt waren wir zu kurz, haben Sie gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fifteen off. Capriati ist aggressiver. Spielt es auch mit wenig... Erneut dieses variable, einsetzbare Handgelenk. Damit kann sie natürlich variieren. ... . 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 Und wenn sie nicht getrennt hat, sie hat viel Spaß gemacht. Nur einfach, einfach zu strecken. Sie ist einfach nur auf all of Jennifer's shots. Beautiful shot! Mein liebes Lottchen, unglaublich. Mein liebes Lottchen, unglaublich. Mein liebes Lottchen, unglaublich. 5-2. Reicht das? Das hilft sehr. 3-11. 5-3. 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 6-3. 5-3. 5-3. Diesmal mit ein bisschen Glück. Aber den haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Damit Cross gespielt.. Il geht ins Aus. Die Überraschung ist perfekt. Und Jennifer Capriati, 15 Jahre jung. Hier haben wir die Eltern im Freudenrausch. Capriati gewinnt. 4, 6, 6, 1, 7, 6. Hör's probably pounding. There it is! Final. After 15 years, after the longest set in the history of the French Open women's final, There is an American woman standing tall in Paris. The American woman standing tall in Paris. One or two. Another woman standing tall in Paris.